So, hi! Hier ist wieder eure Saar aus Dessau und ich zeige euch gleich wieder, was ich für euch gedreht habe. Und das wird diesmal sein das UBA. Viel Spaß! So, heute startet meine Tour hier in der Unruhstraße-Ecke Wörlitzer Platz. Und wenn ich mich einmal hier so drehe, sieht man hier den alten Wörlitzer Bahnhof. Und dahinter, für alle Dessau, die wissen jetzt, was kommt, ist da in der kleinen Ecke das Umweltbundesamt. Ich kann euch gleich, wenn wir es sehen, einiges dazu erzählen. Das Umweltbundesamt wurde am 22. Juni 1974 gegründet. Seit 2005 ist das Umweltbundesamt der Hauptsitz in Dessau. Weitere Außenstellen sind in Berlin, Bad Elster und Langen. Das hier ist übrigens die Bibliothek von dem Umweltbundesamt. Ich war schon mal drinnen und es ist sehr schön da. Special Effect. Denn jetzt stehe ich direkt davor und erzähle euch noch ein bisschen was über die Aufgaben des Umweltbundesamtes. Die Aufgaben sind die wissenschaftliche Unterstützung der Bundesregierung, das Bundesministerium für Umwelt und Gesundheit und Verkehr, der Vollzug von Umweltgesetzen, sowie der Emissionshandel. Und da hat jemand mein Video gestört. Die Information der Gesellschaft über die neuesten Umweltgesetze. Ich laufe jetzt mal weiter. Hier im Hintergrund seht ihr ja noch das U-Bahn. Und erzähle euch gleich noch ein bisschen was über die Architektur. Und weiter geht's. Das U-Bahn befindet sich im ehemaligen Gasviertel. Wie gesagt, in der Unruhestraße-Ecke Bad Elsterplatz. Im Fassadenlauf sind sieben Farbfamilien vorhanden. Dort, wo die Sonne eher weniger ist, sind es kalte Farben. Wie hier zum Parken, zum schönen Parken. Grün, blau und gelb. Dort, wo die Sonne öfter hinkommt, also zur Stadt hin, sind es rot, orange und rosa. Das Hauptgebäude des U-Bahs ist geformt wie eine Schlange, um 780 Büros ihrem seinen Platz zu bieten. Um nichts auszusehen wie ein einfacher Büroblock. Tada, 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 gleich geht's weiter. Das dort hinten ist die Kantine. Und diese komischen rostbraunen Objekte, die ihr hier seht, sind Wärmespeicher. Nur zur Information. Hier seht ihr den Eingangsbereich des Umweltbundesamtes. Und da versuche ich gleich mal reinzukommen und weiterzudrehen. So, jetzt bin ich im Forum. Und das Forum des U-Bahs bildet den Eingangsbereich und ist für jeden öffentlich zugänglich. Ich habe bloß vorhin gesagt, dass ich versuche, hier reinzukommen. Weil, wegen der Trägendehmigung und so. Ja. Hier ist die Umweltinformation. Da sind die Sicherheitsleute und die Informationen. Und da hinten geht's zu den Büros. Ja. Mein Freund arbeitet übrigens in der Abteilung 4. Und die ist ganz hinten am Ende der Schlange. Und ich will euch noch was zur Präsidentin erzählen. Und mein letzter Satz kommt jetzt. Seit 2014 ist Marie Krautsberger Präsidentin des U-Bahs. Das wollte ich noch erzählen. Das Forum habt ihr auch gesehen. Und da wünsche ich euch noch viel Spaß beim weiteren Video. Ja. Das U-Bah wäre schlechtem Wetter. Ich finde das bei Sonnenschein sehr schön, wenn da auf diese rote Fassade die Sonne so schön scheint. Das finde ich sehr schön. Nun ja. Habt ihr das U-Bah gesehen? Wenn ihr chronologisch zurückdenkt, war das das Erste, was ich euch gezeigt habe, kurz bei meinem Weg ins Fitnessstudio. und dann könnt ihr euch schon mal freuen, was das nächste Mal kommt. So, weil ich gerade Fitnessstudio gesagt habe, geht es natürlich gleich weiter mit meinen Intensivwochen. und da kann ich euch jetzt schon mal die Fotos zeigen. Und euch sagen, dass sich wieder nicht viel bei mir verändert hat. Es sind jetzt 400 Gramm runter. Ja, ist nicht wahnsinnig viel, aber es bringt auch was. Und ich mich noch gut fühle und wir in dieser Woche ein Trainingssteuerungsseminar hatten mit vielen schönen Tipps und Regeln für unser weiteres Training. Das hat mir gut gefallen und ich werde die Tipps jetzt auch befolgen. Nochmal zu meiner Fitness und zu unseren Intensivwochen gesagt. Wir hatten ja wie angekündigt den Motivationstag. Den habe ich mir am Samstag gegönnt. Und ich habe mir richtig viel, wirklich viel gegönnt. Aber ich habe nicht gefressen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe alles in mich reingeschaufelt, sondern ich habe mäßig gegessen und abends auch mal wieder Kohlenhydrate. Ja, in Form einer Pizza. Ja, das ist passiert in der Woche. In der Woche ist weiter passiert, dass ich am Mittwoch letzte Woche angefangen habe, ja zu arbeiten im Eiskaffee. Und es gefällt mir so gut. Ich habe so viel Spaß. Es ist toll, wieder zu arbeiten. Es ist toll, sich auf dem Weg zur Arbeit zu machen. Und es ist toll, da zu sein. Und ich verstehe mich mit allen. Und es macht riesen Spaß, jetzt alles wieder, also alles zu lernen und so. Ich finde das wahnsinnig toll. Es macht mir einen Mörder Spaß. Ja. Ich bin gerne da. Ja, ähm, zu, da gehe ich jetzt, also, ich gehe da immer Mittwoch bis Sonntag so arbeiten und am Montag Dienstag frei. Wegen meinen Intensivwochen auch. Passt mir ganz gut. Am Montag kann man dann schön was erledigen und so. Dienstag natürlich auch noch. Dienstag habe ich ja auch meine Videos immer vor. Und ich zeige euch ein bisschen von dessen und den Nauenburgern auch. Schön froh sein die Nauenburger unter euch, die dieses Video gucken. Und, ähm, ja, ich mache das gerne für euch. Und auch, ich mache das auch gerne am Dienstag. So, vom Theater gibt es ja wieder nicht viel, denn es sind ja noch Ferien und wir haben ja noch kein THC. Und ich kann euch aber sagen, es läuft mit meinem Text und mit meinem, ähm, mit meiner Choreografie ziemlich gut. Ich komme gut voran. Text ist schon so weit fertig. Und Choreo auch. Und, ja, ähm, das gibt es von meiner Seite aus zu erzählen. Hier in der Sau. Es ist nicht viel los, wie immer. Ich habe vor, gleich einkaufen zu gehen und Cupcakes zu backen. Will euch da vielleicht, äh, nö, ich werde euch einfach dran teilhaben lassen. Das hänge ich jetzt noch hinten dran. Ähm, das Rezept schreibe ich euch in die Infobox, hier unten. Und, ja, da würde ich euch jetzt noch zeigen, wie ich Cupcakes backe. Ja, weil heute gibt es nicht so viel zu erzählen. Intensivwochen war schön. Oder die Woche jetzt war okay und, ähm, der Fresstag auch war auch okay. Und, ja, dann könnt ihr mir jetzt zugucken, wie ich Cupcakes backe. Cheesecake Cupcakes. Die sind sehr beliebt bei meinen Leuten in Auro. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Woche. Und wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Tschüssi! Ihr braucht folgende Sachen. Einmal zerlassene Butter, die ist aber gerade, äh, die wird gerade zerlassen. Dann Vollkornkekse. Zimt. Für die Basis. Dann Eier. Die liegen da hinten. Vanillezucker. Frischkäse. Und 50 Gramm von dem Schmand. Frischkäse und Schmand. Das wird sozusagen der Teig. Und für das Topping braucht ihr nur noch mal Schmand. Und noch ein bisschen Zucker. Und ich nehme da immer noch ein bisschen Sahne fest, weil, dass der dann einfach schön, äh, schön fest wird von. Ähm, und das Topping einfach besser drauf bleibt. So, dann zeige ich euch mal, wie es weitergeht. Jetzt dürft ihr eure Wut auslassen. Denn die Kekse müssen zerkleinert werden. So, jetzt schaut einfach mal. Ich habe mich kurzerhand umentschieden. Denn ich mache das lieber so. Und jetzt schön die, äh, die Plätzchen zerkleinern, so dass kleine Bröckchen entstehen. So reicht das schon. Ihr müsst ja die nicht ganz pulfrig, äh, zerklopfen, sondern so, dass ein paar kleine Stückchen drin sind. So, jetzt schütte ich nämlich die Butter da rein und mache noch Zimt dazu. So, jetzt werde ich das alles schön verrühren. So, wenn ihr dann das alles schön vermanscht habt, könnt ihr anfangen, so ein bisschen von jedem Förmchen zu füllen. Überall ein bisschen rein. Das wird, wie gesagt, der Boden. Das wird, wie gesagt, und dann wird es festgedrückt. Ja? Also schön unseren Förmchen festdrücken, so, dass der ganze Boden erst mal zu weit verdeckt ist. Okay. So, wie ihr sehen könnt, sind es bei mir sogar zwei mehr als zwölf geworden. Und, äh, wie gesagt, ich habe das alle Ding, die Keksmasse richtig fest unten auf den Boden gedrückt. Wenn da ein paar Lücken sind, ist nicht so schlimm, denn da kommt ja jetzt noch ein kleiner Teig drauf. So, für den Teig schlagt ihr die zwei Eier auf und den Vanillezucker habe ich jetzt schon reingemacht. Ähm, gleich kommt der Zucker dazu. Aber erstmal werde ich die Eier ein bisschen verrühren und dann mache ich fast allen Zucker rein, aber ein bisschen bleibt in der Schüssel. Ja? Also ein bisschen übrig lassen und den Zucker werde ich jetzt auch erstmal vornehmen. So. dann kommt der Schmand hinzu und dann wird das auch nochmal verrühren. Den Frischkäse und den Schmand habe ich jetzt reingemacht in die Schüssel und jetzt wird das Ganze gründlich verrühren. So, wenn ihr fertig seid mit verrühren, dann alles in die Firmchen verteilen und ab in den Ofen für 20 Minuten. Wenn sie aus dem Ofen sind, müssten sie dann ungefähr so aussehen und jetzt lasse ich sie abkühlen und dann geht's an die Schmandcreme für oben drauf. So, den Schmand, den Sahnesteif und den Zucker habe ich jetzt drin und jetzt werde ich das noch verrühren. Und schon habe ich eine feste Masse, die dann gleich auf die Cupcakes gestrichen wird und ich habe noch eine schöne Sache zum Dekorieren. Die werde ich auf jeden Fall noch trocken. Kleine Blätter. So, jetzt habe ich die Cupcakes fertig gemacht, bestrichen und dekoriert. Und so sieht es letztlich aus. Tschüss! 눈부 zack, guckchen, die jend God what schnd zack, sind jend seines r zu